Hallo und herzlich willkommen bei koch mal schnell. Heute gibt es mal nichts zu essen. Heute möchte ich mit euch ein Unboxing machen, mal wieder seit langer Zeit. Und zwar Unboxing des noch relativ neuen Dutch Oven von Weber Grill. Ich wollte schon immer einen Dutch Oven haben, hatte bisher keinen, bin kein Fan von Holzkohle. Ich grille immer schon seit Jahren auf Gas und ja, da musste ich auch einen passenden Grill für haben. Den habe ich auch inzwischen. Das Unboxing zeige ich euch auch demnächst vom Spirit E320 GBS. Was lag näher, als jetzt endlich mal den Dutch Oven dazu zu besorgen. Das habe ich jetzt getan und den würde ich heute mal mit euch auspacken. Und dann schauen wir mal, was so drin ist, was Weber da so liefert. Das Paket ist ziemlich mächtig. Also es wiegt. Ich habe es vorhin mal ausgewogen. Knapp 10 Kilo. Im Briefkasten geht das nicht mehr. Dann schauen wir mal, was hier so drin ist. Und ihr seht, der ist auch nicht verpackt. Ich drehe den mal um. Ja, dann muss man hier wohl auch nochmal aufschneiden. Das machen wir jetzt auch mal vorsichtig. Das geht gut. Das ist drin. Ich hatte es ja auch noch nicht auf. Hier ist schon mal so eine Art Bedienungsanleitung. Mehrsprachig. Also auch hier der Schmortopf. Ja, das ist schon mal ein wichtiger Hinweis hier. Immer Handschuhe anziehen, sonst brennt man sich. Ja, ist übersichtlich. Also es ist. Ja, es ist nicht nur übersichtlich. Es ist tatsächlich eine einzige Seite. Ja, schauen wir mal. Soviel erstmal zur Technik, zum Papier, was hier so mitgeliefert wird. Und also eine Seite können wir erstmal zur Seite legen. Ja, dann ist er hier gut verpackt. Das ist zunächst mal der Deckel. Ja. Und wie das eben ist bei solchen gusseisernen Töpfen, ist der Deckel auch schon ziemlich massiv. Wir können mal gucken, was er wiegt. Da war ich nicht ganz gerade drauf jetzt, aber dürfte passen. Also der Deckel alleine wiegt schon gute drei Kilo. So. So, was ist noch dabei? Verpackung. Und der eigentliche Topf. Ja, und da ist das gute Stück. Okay. Bisschen staubig, aber ansonsten in Ordnung. So. Soviel zu dem Topf. Und der Topf ist natürlich, weil es kein Topf ist, der auf Holzkohle gestellt werden soll, mit glattem Boden versehen. So wollte ich es auch haben. Ist schon ein ziemliches Teil von der Größe her. Da hat man jetzt den Deckel draufsetzt. Ja, da muss man schon kräftig sein. Wir wiegen es mal aus. Ja. Ihr könnt es jetzt nicht sehen. Ich zeige es euch gleich. Also das Ding wiegt mit Deckel. 7,7 Kilo. Das ist ordentlich. Also da muss man schon mal kräftig hinlangen. So, der Topf hat, so wie ich ihn jetzt geliefert bekommen habe, bei Webergrillen.de 129 Euro gekostet. Auch nur deshalb, weil ich ihn zusätzlich mit dem Grill und einer Abdeckhaube bestellt habe. Es gibt ihn einzeln im Netz, aber auch schon billiger. Um die 119, 120 Euro habe ich schon gesehen. Ich wollte es aber hier einheitlich von einem Händler haben. Also wer den getrennt bestellt, einzeln bestellt, der mag das vielleicht günstiger bekommen im Netz. Jetzt von der Größe her, können wir ja mal messen, wie groß ist das Ding. 32, das ist also schon ganz ordentlich. 32 Durchmesser und von der Höhe ziemlich genau 9. Nach Angaben von Weber hat der Topf wohl um die 6,6 Liter. Also das ist schon sehr ordentlich. Mal zum Vergleich hier stelle ich mal eine Standard-Springform. Das ist glaube ich eine 26er hier rein. Ja, das ist eine 26er Form. Damit ihr so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wie groß ist das Teil. Die 26er Form hier ist also auch bei weitem nicht so hoch wie der Topf. Soviel also zu den Maßen des Topfes hier. 6,6 Liter. Da geht ordentlich was rein. Da sollte auch eine ganze Schweineschulter reingehen und die klassischen Gerichte. Ja, zum Prinzip nochmal von diesem Dutch Oven, der wie gesagt auf Gasgrill passt. Er ist von Weber jetzt so konzipiert worden, dass er zu bestimmten Serien passt. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet. Das ist hier der Kugelgrill. 22 Inch oder 57 Zentimeter. Das ist die Spirit Serie, die ich jetzt auch habe. 320. Als Beispiel dann die Genesis. Erste Baureihe. Inzwischen gibt es Genesis 2 und die Summit Reihe. Und ihr seht das. Ich werde es euch noch zeigen, wenn ich den Dutch Oven das erste Mal auf dem Grill benutze. Dass es solche Einsätze gibt hier für den Grill, dass man hier also den Dutch Oven in diese Ausbuchtung dann genau einsetzen kann. Dann rutscht der auch nicht mehr. Und bei meinem zumindest habe ich auch drei Brenner, sodass man prima auch indirekt arbeiten kann. Bin ich zufrieden? Ja, was habe ich bestellt? Ein Dutch Oven von Weber. Was habe ich gekriegt? Ein Dutch Oven von Weber. Kurze Anleitung hier. Ich habe die eben mal kurz überflogen. Ist alles nachvollziehbar hier. Nicht auf dem Seitenkocher verwenden, weil sehr schwer. Nicht auf dem Seitentisch. Was mich etwas irritiert. Und Warnung. Alkohol. Jedweder Form darf nicht in einen heißen Dutch Oven gegeben werden. Ich nehme mal an, wie meine, wenn noch nichts sonst drin ist. Denn in einer meiner Lieblingsshows, die Grillshow, da ist eigentlich in jedem der Rezepte für den Dutch Oven. Eins davon werde ich demnächst mal machen. Whisky drin. Und das gehört da auch rein. Also das werde ich auf jeden Fall austesten. Ja, ansonsten ist das dabei, was ich bestellt habe. Ein massiver Deckel. Ein massiver Topf. Beides zusammen richtig massiv. Und natürlich auch, wenn jetzt die ganzen Griller die Nase rümpfen, im Zweifel zu benutzen im Ofen, wenn man denn keinen Grill hat. Ja, zugegeben, das ist dann nicht mehr grillen. Das ist dann kochen. Aber man hat eben auch noch ein Gerät. Und das finde ich besser als bei den Holzkohlebetriebenen. Alles eine Glaubensfrage. Den kann man eben auch hier prima mal in den Ofen stellen, wenn man einfach nur einen gusseisernen Topf braucht. Also aus meiner Sicht multifunktionell. Und deswegen könnte ich sagen, ja, bin zufrieden. Also aus meiner Sicht okay. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.